Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games und den Start zieht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! So und hier geht es auch schon 10 Sekunden los. Und das ist die neue Map von Team Bereite, wie es euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist bei der Begrüßung. Und nein, nein, nein! Und ja, die ist schon eigentlich richtig, sie ist eigentlich schon langer Fall. Aber ich nehme jetzt zum ersten Mal auf. Ja, einfach so Rutschersverfahren. Weil ich bockerte. So, da ist keiner hinter uns schon mal perfekt. Und wie auf jeder Seite habe ich hier auch schon mal eine Route. So. Keine Kisten. Mit uns ist keiner. Kann ich da ruhig untergehen. Ohne Hoffnungen. So. Steinspät. Lecker Bus. Hier. So. Jo. Mit mir künst. Ja, gerade gerade, war Walter. Brauch. Geht, ich dachte gerade weil ein Block. Ja, wie wird Goldschwerter für nicht noch alt? Na? Ja, Schweitzstein, Schwer, bringt mir nix. So und ist jetzt noch eine Kiste. um war wieder zurück Kiel hins Karpf 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 und es gibt einen gestrug es ist aber ich glaube der war da drin schon ich hätte doch hier zum Schiff das war eine auch tot so jetzt gehe ich zum schiff wenn ich noch jemand hier der muss leider auch sterben mir ist auch eine schon das zeigt die peck ist übrigens doku kraft die genauer doku kraft androdal und gemixt mit rüstungen von specks per bd kraft wie man es hier eigentlich ja weil die rüstung von dem texture pack hier kann ich nicht so richtig entziffern also ob das jetzt eisenketten leder bla 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 ist deswegen habe ich jetzt einfach hier die rüstung von specks per bd kraft genommen weil die eigentlich auch gut dazu passen und ich finde die auch geiler wir haben zwei eisen oder ja lol eisenschwert vorwählen so hier ist noch eine kiste nix schreibt es so hier werkbank die ist das ananas eisenschwert und jetzt warte oben kann noch eine kiste da ok grab 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 so hier das ist das 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 heißt habe ich aus den ordnen na jetzt passt alles ich bräuchte noch eine bessere hose als leder als ich brauche keine lederhose so da hinten ist jemand der hat eine bessere hose natürlich nicht aber egal freie punkte ist auch tot da ist noch jemand schnell müllwerk naja ok wir auch weg 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 was ich euch auch noch empfehlen würde ist jedes mal also wenn ihr zu gemültes inventar habt dass ihr das jedes mal gleich entleert weil dann könnt ihr die sachen von den anderen gegnern besser aufsammeln und müsst nicht wenn es dann mal brenzlig wird immer sortieren auszutieren schmeißt es einfach irgend in irgendeine Ecke rein es ist praktischer vorher aus es ist ja auch logisch dass es nicht weiter brennt höhe mein kurve um es hier Kiste höhe ich kann mich durchreift durch klatschen ich baue mir jetzt in sandburg nein mein nur weg ok lol 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 das loch ist geblieben Screenshot so es ist 6 nein 5 Tributes Leben noch ok dann ist die Runde eigentlich ja eigentlich also ja so gut nix so gut also auch schon es näht sich dem Ende aber naja gut man kann ja nicht so lange spielen dass man krank wird so also ich hoffe die kämpfen jetzt nicht alle so ich kann euch ja mal die OP Kiste sagen hier auf der Map also da wo die wo genauso gut befüllt sind wie die in der Mitte als am Spawn ähm erstens die Kiste da unten beim Schiff da hat die eine ähm dann eigentlich ne bessere Hose äh da auf dem Baum ist eine da geh ich jetzt auch gleich noch hoch und dann hier hinten ist auch noch sowas also genau sowas wie da unten äh am Strand auch auch so mit dem Schalter wo die Lava dann geht und so da können auch gute Sachen drin sein wenn da noch keiner wäre gewesen wäre ach kacke ok dann gehe ich kurz auf Baum auf Baum dies das Ananas Baum so lol naja wenn man so aufsichtlich oh da kommt jemand und ach mit genau oh 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 danke für den Bogen ne es ist natürlich auch ne Taktik einfach vor nem Gegner den Bogen hinzuschmeißen aber naja ich ich umgeh die Taktik lieber die ist nicht so mein Ding aber na gut, na gut soll mir egal sein wenn er sie bevorzugt nicht mein Problem so, nein, zum Pfeil, 15 Team und Eisenschwert Ciao, Bo so ich hoffe, ich mach kein Team ach, ist scheißegal wer dann so und so sterbe lol ok, wenn die beiden jetzt hier machen, dann werd ich gefickt aber hart, anal so, Leute so, Leute da, 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 da ok ok, und go ok, die machen kein Team, alter, der hat auch ein bisschen schweb, 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 schweb hallo 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 ha so, ja, das war's mit der Runde des Survival Games hier wenn ihr mehr sehen wollt von Survival Games und so, dann lasst einfach eine positive Bewertung da, da hoch halt, ne und schreibt einen Kommentar ihr würd mich sehr freuen und das sag ich bis zum nächsten Mal und ciao hallo 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 hallo